Fotografie ist Leidenschaft. Fotografie ist für mich Momente wiederzugeben, für einen gewissen Zeitraum in das Leben anderer Menschen einzutauchen und die Situation aus meinem Blickwinkel wiederzugeben. Fotografie ist für mich Freiheit, Geschichten zu erzählen. Genau diese Möglichkeiten der Fotografie ermöglicht mir die Leica in 10R. Ich bin Marco Fischer. Ich bin Fotograf und Künstler. Meine Kamera ist eine Leica M10R.